Dann rutschen sie hinter die Spielvereinigung aus Gunther Haching in der Tabelle zurück. Jetzt hätte ich aber fast den Faden verloren. Es gibt nämlich noch ein Problem beim Karlsruher SC. Nicht nur das, dass sie in der Tabelle abrutschen können. Nee, nee, da ist noch was anderes. Es könnte durchaus sein, dass das Spiel heute in Mannheim das letzte Auswärtsspiel ihres Trainers Stefan Kunz ist. Oliver Forster. Ihn ruft der Betzenberg. Stefan Kunz wird vom Aufsichtsratsboss des 1. FC Kaiserslautern, Robert Wieschemann, umworben. Angeblich soll Kunz in der nächsten Saison beim FCK an die Breme beerben. Kunz schmeichelt das Pfälzer Interesse. Er sagt aber, derzeit zählt für mich nur der KSC. Das Ziel, Klassenerhalt auf sportlichem Weg. Dieses Ziel hat natürlich auch der SV Waldhof Mannheim. Der braucht nur noch einen Punkt. Erste Minute, erste Möglichkeit. Freistoß von Sascha Licht vor 8.000 Zuschauern. Thomas Walter, der KSC-Keeper, gleich im Blickpunkt. Die Waldhöfer weiter Tonangebens in den blauen Trikots. Das Foulspiel im Strafraum von Theo Roos an Sascha Licht. Schiedsrichter Kemmling zögerte keine Sekunde. Zeigte sofort auf dem Punkt. Altos Strafstoß. Und Trares ist da für die Mannheimer. 1 zu 0. Die frühe Führung für den SVB. Bernhard Trares wurde vom Trainer André Egli vor kurzem zum Elfmeterschützen Nummer 1 bestimmt. In Oberhausen beim 1 zu 1 hat er schon getroffen. Und jetzt macht er sein zweites Elfmetertor. Der Schweizer also mit der guten Personalentscheidung in dieser Sache. Trares. Der KSC musste kommen. 15 Minuten gespielt. Das ist Aydin Chetting. Der sucht Clemens Fritz. Und der Mann, der aller Voraussicht nach zu Hannover 96 wechseln wird mit der ersten KSC-Möglichkeit. Fritz heute neben Graf im Karlsruher Sturm. Dann die 19. Minute. Nächste Möglichkeit. Dann die Fuchs. Er ist einer, der sich natürlich spezialisiert hat auf diese Weitschüsse. Klasse Szene. Für den KSC. Und jetzt der kleine Bub auf dem Weg zum großen Ball. Das Objekt der Begierde ganz nah, aber herr gar nicht lustig. Macht dem Kleinen einen Strich durch die Rechner. Halbe Stunde gespielt. Immer noch 1 zu 0 für die Mannheimer. Das ist der Ungar. Melka. Gegen Wukotic. Und dann die Möglichkeit für Daniel Graf. Und dann kommt nochmal Dani Fuchs. Aus der Distanz. Und der Karsten Nulle muss Kopf und Kragen riskieren. KSC wusste jetzt natürlich, was tun. Muste zur Aufholjagd. Blasen. Klasse gemacht von Melka. Durch die Beine. Und dann die tolle Parade von Nulle. Wir schreiben die 51. Spielminute. Das ist Torsten Kracht. Abspielfehler von Kracht. Gleich kommt er nochmal ins Bild. Kracht gegen Sascha Licht. Foulspiel. Schiedsrichter Uwe Kemmling. Holt ihn zu sich. Was tut er? Er nestelt an der Tasche. Kuli raus. Karte raus. Tatsächlich rote Karte für Torsten Kracht. Die 9. in seiner Profikarriere. Wir sehen gleich das Einsteigen. Für mich eine viel zu harte Entscheidung. Er geht nach dem Ball. Trifft dann zwar auch Sascha Licht. Aber das war kein böses Foul. Keine rote Karte. Eine überzogene Entscheidung von Schiedsrichter Uwe Kemmling. Die Karlsruhe jetzt also zu 10. Das eröffnet natürlich Räume für den Esser-Waldhof-Wannheim. Das ist Bernadrares. Der alte Fuchs. Da schickt er Bundea. Der heute stürmte bei den Mannheimern. Bundea. Und die Latte rettet. Für den KSC. Daniel Graf. Fehler in dieser Situation gegen den eingewechselten Rodaneta. Da kommt wieder Bundea. Was tut er? Was macht er? Er macht es. 2 zu 0. Dieses Mal souverän. Zeno Bundea. Es gab mal einen grausamen weströmischen Kaiser. 474 nach Christus. Der hieß auch Zeno. Grausam war dieses Tor. Dieses Gegentor für den KSC. Aber das hat der Klasse gemacht. Vor Watering ist er da. Im achten Einsatz. In dieser Saison. Das erste Tor für Bundea. Das war die 64. Minute. Die Antwort des KSC. Labbadia gerade eingetauscht auf Clemens Fritz. Der nimmt Maß und trifft Anschlussjubel bei den über 2000 mitgereisten Karlsruher. Fünfte Saisontor von Clemens Fritz. Letzten drei Spielen war er immer nur ein Wechselspieler. Heute von Anfang an. Und das dankte er seinem Coach Stefan Kunz mit diesem Treffer. Glänzende Schusstechnik. Und Nulle zu spät unten. Noch 15 Minuten. Wieder der SV Waldorf Mannheim. Mit Sascha Licht. Hat verpasst. Urdaneta. Und dann kommt Rares. Bernhard Rares. Riesenmöglichkeit für den 36er. Große Aufregung in der Partie. Viele gelbe Karten. Die rote für Kracht. Und die Aufregung. Kunz mit dem Schiedsrichter. Mit Uwe Kemmling. Und auch Kunz musste gehen auf die Tribüne. Er wollte wechseln. Zeigte das dem Schiedsrichter an. Und dann hat er sich vielleicht ein bisschen den Ton vergriffen. Auf jeden Fall wurde er verbannt auf die Tribüne. Sah dann diese Möglichkeit für seinen Kreis 10. Nochmal Dani Fuchs in der 89. Spielpilote. Aber die Karlsruher konnten es nicht mehr drehen. Es blieb beim 2 zu 1 für den SV Waldorf Mannheim. Und das bedeutet, der SV Waldorf darf jubeln. Bleibt ein weiteres Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga. Theo Jägersberg mit einem Sieger. Wir mussten jetzt um den Klassener kalt kämpfen. Haben das geschafft. Und werden jetzt sicherlich heute Abend ein bisschen gemütlich feiern. Weil im Endeffekt ist es ja nicht so, dass man sagen muss, wir sind aufgestiegen oder was weiß ich. Aber unter den Umständen, denke ich, können wir doch ein bisschen uns zusammensetzen und ein bisschen über die vergangenen 33 Spiele unterhalten. Und der KSC, der muss weiter zittern. Hoffen, dass Reutlingen wirklich keine Lizenz mehr kriegt. Oder nächste Woche das Abstiegsendspiel gegen Unterhaching unbedingt gewinnen. Ja, und das könnte nochmal eine richtige Zitterpartie werden für Karlsruhe gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Wir schauen mal auf die aktualisierte zweite Tabellenhälfte. Unterhaching vorbei. Also, ich glaube, ich habe ja auch immer ein paar neue Zitterpartie, Wahrscheinlich, dass man auch so ein Einwanderrschen mit dem Klassener Du sieh... Du sieh, du sieh, du sieh... Du sieh, du sieh... Du sieh, du sieh, du sieh, du sieh...